Sieben? Ups. Wo sollen die denn gewesen sein? Lassen wir erstmal die zwei Level aber noch machen, damit wir da nicht unbedingt raus müssen. Wir werden eben danach rausgeschmissen und dann das noch. Okay. Ah, Moment. Da spielen wir doch mal wieder kurz. Oh! Oh shit. Hm, geht auch. Balle. So. Das kann man mal mit. Hm. Oh boy, damn. Aller einfach gestorben. Hm. Moment, nur das ist ein Katzenball-Ding. Oh my goodness. Ist hier der richtige Weg? Ja. Schaffst du den? Nein, nicht ohne dich. Ich hab leider nur den Wand-Schieser, da brauchst du den Luft-Schieser. Yeah. So funktioniert das. Wenn du beide Waffen hast, ne, dann eigentlich. GG, easy. Ich hab' das Buch. Okay. Hast du aber noch was oder hast du schon alles geholt? Nee, ich hab' dir nur was weggeschoben. Aber anscheinend ist dann nichts. Ich denke mal. Aber zwar um den Stein runterzuschieben. Okay. Okay. Das ist ein Laser, ne? Everytime. Äh, Aua. Wie lebe ich noch? Ah, ich hab' noch gelebt. Ach, das geht dann gar nicht, oder? Hä? Nee. Ach, warte mal. Du löscht dich damit. Ah. Du kannst dann auf dem Wasser hüpfen. Ich hab' eine neue Mechanik erfahren. Oh, wir haben alle. Jetzt haben wir alles. So, geil. Der Toast will auch mitkommen. So, jetzt aber. Nice. Sehr schnieke. So kann man's auch machen. Äh, wie sonst? Die Dinger aufheben. Ach so. Oh, ja gut. Ja, gut. Hm. Hm. Oh, was soll das Katzen? Ching. Looks gut. Oh, das ist und alles. Oh, hat mal der Flügel noch. Luft neues. Aber nicht mehr lang, aber wahrscheinlich. Ich glaube, wir brauchen so einen Stein, oder? Ja, Moment, ich nehm' einen mit. Äh. Hallo? Hey, ich darf das nicht gedrückt halten. Moment. Ich hab' ne Idee. Genau. So, wir brauchen machen. Ey. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn du so einen Stein aufhebst, stirbst du dabei. Weil ich immer auf Dingens, wie gesagt, ich halte mal gedrückt die Taste. Oh, dann bist du da durchgekommen. Ich glaub', das war so nicht gedacht. Ich glaub', das war so nicht gedacht. Moment, ich mach' das. Also, wenn ich sie halt nur antippe, dann lässt er sofort los. Ja, gedrückt halten. Und dann werfen. Ja, aber dann, dann sterbe ich. Wenn ich's gedrückt halte. Komischerweise. Oh, ein Sprung. Guck, glaub ich. Nice. Wieder die Spawnt. Hm. Okay. Ah. So. Nice. Hätten wir das auch. Geht mir das auch noch was. Hm. Also, da ist das Ziel halt recht, deswegen. Da, wo du grad wirst. Nur das Ziel? Ich glaub' schon. Was ist denn hier? Wahrscheinlich, um da dran zu kommen. Um hier hin quasi hinzukommen. Hm. Ah. Ja, stimmt. Das wirklich nur das Ziel. Kann ich da drüber springen? Ah. Hab es. Geil. Ach, da kann man oben entlang klettern. Ja. I see. Achso, das hast du gar nicht gesehen. Nein. Dieser Weg war echt steinig und schwer. Very, very good. Äh, ich vermute mal, du bist Klient und ich host. Richtig. Battleblock ist ein gutes Spiel, um den Klientenstein im Online-Play einfach aufheben zu lassen. Oh. Dann liegt das anscheinend daran, wie der Delay. Dann musst du das mit den Steinen wohl regeln, Jan. Ah. Okay. Wieso? Wenn du jetzt RT gedrückt hältst und dann B drückst. Ja, jetzt geht's ausnahmsweise mal. Oh. So, irgendwo hier haben wir jetzt zwei übersehen. Oh, 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 oh. Hm. Hm. Tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Hm. Hm. Das ist auch nichts. Das sieht richtig aus. Und one. Hm. Nee. Diese Katze hast dich. Ähm. Okay. Dann bauen wir es auf jeden Fall einer. Ah, ja, tatsächlich. Vorbei, aber ich glaube, ich hatte mir vorher auch schon. Nein, da links war keiner drin ist. Ah, guck mal. Hast du das gesehen? Den unten haben wir, glaube ich, verpasst beim letzten Mal, ne? Ja. Oh nein. Oh Gott. Das ist der weitere Weg. Da da da, 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 Ba, 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 Ba. Hm. Da ist auch nichts drin. Alter, der richtige Bodyblock gerade. Ein bisschen? Nein! Wobei, Moment. Ganz links war jetzt einer und ganz rechts ist jetzt einer. Fuck! Ich bin reingeschieft worden. Nein! Oh mein Gott, das ist großartig! Schnell! Ab ihn! Oh, let's go! Auf die allerletzte Sekunde noch. Eieieieieieiei! Ich glaube, wir den hinterm Baum hatten wir wirklich nicht. Und irgendeinen anderen? Ja, den unter der Kanone. Ach ja, stimmt. Okay, dann haben wir wieder die ersten drei. Dann wieder Zeit, unsere Köpfe wieder zu wechseln. Das sieht so lustig aus da. So. Wie viel haben wir denn mittlerweile wieder? 7 und 61. Oh, das ist die Granaten auch bekommen. Ja. Nehme ich mal anstelle. Was? Habe ich da gerade in die Hand gedrückt bekommen. Was denn? Moment. Ähm. Okay. Was macht der? Oh! Ne Froschbombe! Ich bin einfach tot. Dies nice. Das ist ein komischerer Panda. Der sieht witzig aus. Den nehme ich vielleicht. Nee. Hm. Haben wir noch was Cooles? Na. Nee, perfekt. Nee. Okay. Dann. Rund, ne? Dach. Was ist du denn da? Eine Katze auf dem Kopf. Die dir zeigt, wo du hin sollst, ne? Stimmt. Da lang. Da lang, Mann. Äh. Da. Ich bin jetzt der, äh, D-Doppelpunkt, Smiley. Äh, wirklich. Nur, dass er hier nicht blau ist. Müsste es blau sein. Noch mal weg. Ah. Okay. So geht's auch. So. Da oben noch mal was. Das ist noch mal was. Und? Oh fuck, da war er das Ding in da. Ähm. Okay. Die Chatroom. So muss es aussehen. Got it. Keine Ahnung, wie man das normalerweise machen sollte. Irgendem Hochwurf oder so. Oh. Wo auch immer der jetzt für mich gelandet ist. Hm. Wo lande ich denn? Ach, da unten. Ah, der ist zurückgefahren. Ah. So. Nochmal. Ich muss den wahrscheinlich mitnehmen. Ach, das ist okay. Was ist da oben? Hier. Das hat fast funktioniert. Der Delay macht es leider gerade ein bisschen schwierig. Bitteschön. Einfach selbst abgefangen. So. Und der zweite. Hey, komm mal kurz hier hin. Was denn? Oh, ich habe. Ich kann drauf reiten. Kommst du mal kurz noch mal rüber? Da müssen wir hier über mir noch was drin ist. Okay. Hier unten auch nichts weiter. Ey, die Schweine sind weg. Was für Schweine. CVF wurde treu. Dankeschön. Da war ein Schweine zum Reiten gerade. Moment. Ups. Klar sind die Schweine wieder. Die können auch schlacheln laufen. Das ist richtig. Und die Katzen anrempeln. Moment. Hm. Kann ich da rechts rein? Aha. Okay. Ja, wunderschön. Ich glaube, unsere Schweine sind an einer sehr ungünstigen Stelle da hinten. Die brauchen wir eh nicht mehr. Ah, ich wurde getoastet. Wieso bin ich glücklich, wenn ich getoastet werde? Der wird nicht gern getoastet, ey. Damn Sandwich Feelings. Achtung, das. Ich sehe es gerade. Ähm. Nein. Sprich hoch schnell. Yikes. Wie soll ich da hinkommen? Ich weiß nicht. Auf die Kante von den Stacheln. Das geht nicht. Der Jan hat gechokt. Ups. Mal weiter machen. Hm? Mal weiter machen erst mal. Okay. Das ist immer das erste Level, was du choken. Ja. Das war leicht. Das war draufstehen. Dann gehe ich da drauf. Ah, okay. Springen. Springen. Kann ich ja nicht runter? Da wollte ich nicht runter. Ich wollte schon da reinfallen. Dann eben nicht. Sehr gut. Come to me. Come to me. Ähm. Weißt du nichts weiter? Äh, aua. Au, aua, aua. Wie lebst du noch? Weil das nur Schockwellen sind irgendwie. Herr Schüttel, das ist, was du auch hattest, ne? Das komische Strom. Richtig schön kacke. Run. Jan? Ja? Warum hast du eigentlich in deinem Leben bisher noch nicht block gespielt? Ich hänge an meinem Leben. Das klingt so, als wäre das Spiel nicht gut. Hm. Da, schon wieder die Zähne. Hab ihn. Nicht mehr. Da ist auch die Letzte. Er hat die Mütze. Noch gar keiner. Aber das Ende. Yes. We did everything. Kann man die Schweine mit LT rufen? Sah doch Tutorial so aus. Können wir gleich mal ausprobieren. Mit Help einfach dann rufen. Also ich... Draufballern, ey. Irgendwie immer nur A oder A++. Alles andere ist eklig. Aber kein A++ bringer so selten nur. Vielleicht gibt's kein A++. Der Käse rettete mich. Oh Gott. Ähm. Okay. Das Ding, was soll ich hier reinschieben, ne? Ich hab aber alles da. Okay. Hm. Du willst der Bombe? Hier ist der Bombe. Ähm. Okay. Ja. Explodiert bin ich in der Tat. Ich wollte ihm eigentlich meine Froschbombe dahin legen. Das ist etwas. Komm zu mir. Weißt du, das ist der optionale Weg? Ich hab mir schon fast gedacht, dass das nicht funktionieren wird. Hm. Vielleicht ein Flügel auch mit dem Schwein da hinten. Beides ist gut zu haben. Was? Was hast du im Geräusch? Äh. Hm. You're dead. Alter, vollgegrillt. Doppelt aufgespießt. Nice. Oh. Okay. Da gibt's ihn. Oh nice. Wow. War das das Büschel? Äh. Ja. Büschel vor allem. Der von Zestört worden. Ach so. Das wird im Leben funktionieren. Wir müssen erstmal hier hin. Oh nein. Oh nein. Ach so. Hier steht's auch mit LT. Ah. Dafür ist die Funktion. Moment oben rechts in der Ecke. Da war ich schon. Okay. Sogar habe ich schon geguckt. Ah. Hier geht's weiter. Aber haben wir alles? Schweine. Weiß ich nicht. Dahinter ist noch was. Jetzt aber alles. Und der Tod. Richtig gebetet. Einfach gegen die Stacheln. Spiel geht richtig Applaus. Boom. 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 Baddie, baddie gut. So. Und dann wieder zurück ins Erste. Jawoll. Ab dafür. Was hat uns nochmal gefehlt? Ein Edelstein glaube ich. Also der letzte. Ich weiß noch wo der war. Aber du bist halt einfach ins Ziel gelaufen. Gehe ich doch nicht. Ich weiß wie man da sonst hinkommt. Du weißt das mal auf. Lass mich zeigen. Warte. Was hast du getan? Ich hab mich löschen lassen. Ah. You remember. Ja stimmt. So. Den anderen machst du schon. Da reicht nicht. Okay. Hier. Das hat gut funktioniert. Danke. Oh my goodness gracious. Dab, dab. So jetzt aber. Piggy time. Was? Wo ist die? Wo ist die Wurst hin? Wo ist die Wurst hin? Ich wurde von meinem Schwein entfernt. Entfernt ey. Lightning J. 18 Jahre treu. Dankeschön. Schade. Ich darf nicht weiter mit meinem Schwein. Ich hab kein Schwein gehabt. Da ist der Wurst. Hallo. So jetzt aufpassen hier. Geh mal hoch. Auf mich meine ich. Von hier aus vielleicht. Moment. Geh du mal. Verdammt. So. Und jetzt. Oh. Das war sicherlich nicht so gedacht, aber. Es sah cool aus. War das die Pferde? Tofu Pferde? Ach so. Ich brauch das so ein kleines Schweinchen. Ah. Die Tofu Pferde. Oh. Almost. Almost. An A+. Almost. Es gibt kein A+. So. Perfekt. Uh. Mhm. Done. Mhm. Mhm. Find the gems to whisk you away from this horrible place. Oh. 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 ok jeder müsste meinen dass du wieder ein geheimgang oder so close das war knapp ja klar war so klar so was passiert jetzt und jetzt leute tanzen dance with us ok ok ich glaube wir haben alle oder das ziel an da direkt nebenan der chat sieht wunderschöne hausnah alle im abgehen weiss der besko passen cc steht für christian aber scheiße verstehe ich jetzt nicht so ganz meinst du das jan ich weiß nicht sehe gerade wenn einfach den stein mitnehmen können einfach das hat vor uns her schieben können ja es wäre einfach gewesen also ich komme erstmal ohne dich nicht weiter wenn ich geklappt hat immerhin einer schon mal oben drauf das reicht auch ich habe mich auch aufspießen lassen weg wieder weggeballert sind so einfach versteckt gerade da sind wir keine verstecke das wird zu tief so wow oder flügel bekommen da war alles oder sieben sie auch kristalle also ich würde sagen wir haben alles so geil außerdem plötzlich acht karen danke für fünf monate treue super geil von dir was ja Bis zum nächsten Mal.